Ja, geht auch direkt weiter mit Naxxramas Fluch, hallo und willkommen zurück, wir spielen heute gegen... Grobulus ist nur der Prototyp, auf dem eine ganze Riesenarmee basieren wird. Und ihr seid Versuchsobjekt Nummer 1. Grobulus, Grobulus sollte der erste einer Armee von Fleischgiganten sein. Gibt es noch weitere seiner Art? Gucken wir uns an. Wollen wir wieder Krieger spielen? Fleischgiganten. Oder wollen wir heute mal Mage spielen? Ich meine, wir könnten auch mal was anderes spielen, aber... Ob die Decks so... Ach, wir spielen hier unseren Krieger weiter. Ob die Decks so gut... Ja, da gegen sowas ausgelegt sind, das weiß ich nicht. Aber... Grobulus sieht irgendwie giftig aus. Fleisch. Ich würde gerne seine Spezialfähigkeit sehen, damit ich einfach weiß, ob ich ihn behalte oder nicht. Behalten, 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 nein, nicht behalten. Okay. Und er kann... Giftwoll gefügt allen Dienern ein Schadenszu, ruft einen Schleim herbei, wenn dabei ein Diener stirbt. Nicht so schön. Und ich darf auch noch anfangen. Grüße. Grüße. Das war ein Fehler. Nicht reden. Danke. Nicht reden. Okay, kannst du auch etwas anderes sagen? Ich werde euch vernichten. Nicht reden. Das ist bedauerlich. Na gut, ich höre auf. Grobulus. So, wir hauen direkt ihn hier raus. Weil wenn er jetzt seine Giftwoll gemacht hat, kriege ich... Oh, drei Mana. Okay, euer Gegner zieht eine Karte, die gefällt mir aber nicht, diese Karte. Drei. Ansturm brauch ich nicht. Wenn ich... Ja, ich werde ihn spielen. Meine Klinge ist doch... Angreif! Ist für alle oder alle Gegner? Fügt allen Dienern. Okay. Das ist gut. Sowas habe ich nämlich eigentlich gehofft, weil er pumpt ihn jetzt bis zum ewigen Ende auf. Tauscht ab. Ich kriege eine Karte und eine Rüstung. Und nochmal die Rüstungstante. Das ist doch super. Wir haben vier Mana. Vier Mana. Da hauen wir, denke ich, den. Das macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich ihn mit Schaden wegmache und nächste Runde dann mit fünf die zwei hier spiele. Oder eventuell auch die zwei. Muss ich mir noch überlegen. Fügt allen Dienern zwei Schaden zu. Zieh eine Karte, wenn er überlegt. Fügt einen Diener. Und er macht nochmal seine Giftwolke. Schade. Jetzt ist die Fähigkeit ein bisschen assig geworden. Gut. Dann heißt das, spielen wir den Ansturmtypen, die Kriegswimmelanführerin, legen die Waffe an, machen das Heim weg. Und können dann nämlich nächste Woche... Ach, nächste Woche. Ach, den mag ich nicht. Er macht auch sein Ding nicht. Ich mache trotzdem ihn. Jetzt die Frage, was wir als nächstes spielen. Ich könnte... ...den spielen. So, jetzt ist die Frage. Ich greife mit drei an. Müsste dann mit ihm angreifen. Er würde sogar überleben. Er macht ihn mir eh nächste Runde dann kaputt. Und den kann ich mit ihm wegmachen. Meine Schilde laufen hoch. Und jetzt, wenn er den wieder macht, kriegt er halt wieder so einen Giftplop. Ich werde aber nächste Runde dann egal, wie ich ihn hier spielen kann. Okay. Das Deck läuft echt gut mit meinem Deck. Ähm. Ähm. Ah, scheiße. So. 15 Rüstung. Ist doch nett. Ähm. Wenn ich den spiele, kostet er 5. Kann ich mir dann leider nicht mehr leisten. Nichtsdestotrotz spielen wir... ... ihn... ... und... Ich habe nicht genug Mana. Schade. Schade. Ich dachte, ich habe noch zwei über. Aber nichtsdestotrotz, wir greifen ihn direkt an. Er wird dann seine Giftwolke machen und abtauschen. Was cleverer für ihn wäre... Ach, den mag ich nicht. Das hat gut gespielt. Er hätte es andersrum machen können, weil dann hätte er... ... zwei... Ah, und dafür ist es eine rubische Ei auch echt gut für sein Deck. So. Wir können... ... drei... ... zwei... Das habe ich echt dumm gemacht, weil die sterben, wenn ich hier mit an... ... wenn ich den angreife. Das war doof. Äh. Nichtsdestotrotz muss ich das machen. Oh Gott. Der kriegt jetzt noch sein Ei. Gefällt mir auch. Nur begrenzt gut. Aber... ... ich habe die Waffe, ich kann ihm zehn Schaden machen. Er wird jetzt hier abtauschen. Interessant. Okay, das ist jetzt gut, aber es hat... ... macht keinen Sinn, hätte ich besser. Ach, du Schande. Und der verdoppelt sich jetzt so, wie er ist, gell? Nee, Gott sei Dank. Doch! Wow! What the fuck? Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Nicht reden. Puh, jetzt habe ich ein Problem. Ich meine, ich habe eine dicke Verteidigung. Also, wenn ich ihn... ... angreife. Bam. Muss ich... ... ihn auch töten. Die Frage, ob ich... ... wenn ich... ... ja, okay. Nee, ich würde... ... greife jetzt ihn an. Dann kann ich nämlich nächste Runde mit Waffe den wegmachen... ... und mit dem Ansturm-Typ ihn angreifen. Oh, nee, da habe ich verrechnet. ... 10 minus 18, nur 2. Ja, gut, du kannst nicht mehr nochmal die plus 4 haben. Hurra. Ich müsste ihn jetzt töten. ... legt euch nicht mit Zahnen an. So. Ha, ha, ha. Ha. Wir gehen Kriegshalte! Ha, oh klar. Wir holen Sie! Ha. Ich bin trotzdem... ... habe trotzdem verloren. ... ja, genau, weil ihr immer alle Karten 100 mal im Deck haben könnt, weil ihr ein blöder Computer seid. Hm, 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 was machen wir da? Spielen wir nochmal das Deck? Ich meine, es lief hier gar nicht schlecht, gell? Der Blob hat uns dann fertig gemacht. Wir spielen es nochmal. Experimentiere an Dienern. Zinke Münzen? Ach ja, so läuft's bei dir. Okay. Ja, ja, ich... ... kenne ich doch irgendwoher den... ... Junge, okay. Ja, den wollte ich nicht haben. Sieg oder Tod. Die will ich ja ganz und gar nicht haben. Ihn werde ich nicht spielen. Weil wenn ich ihn spiele, kann ich nächste Runde zwei Schaden machen. Dann tötet ihr mir den und dann hat er eine 2-2-Kreatur. Ähm. ... Mist. Er fällt mir alles nicht gegen die Gegend in seinem Deck. Komisch, ich spiele genau wie derselbe. Scheiße, jetzt macht er sein Ding. Aber wenn ich ihn angreife, tötet er es auch. Ne, dann kriegt er ja nochmal so ein 2-2-er Blob. Okay. Ich habe Spaß. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier gibt es schon wieder 4 Schaden. Schmarrn. Okay, gut. Ich kriege ihn wenigstens weg. Ich müsste, würde aber ihn spielen. Er kriegt dann nächste Runde 2-2-er, wenn er sein Gift wohl gemacht. Ich habe zwölf Leben, ey. Okay, aber er bleibt natürlich gewaltig auf. Okay, sehr gut. Ich könnte Rüstung 4... Ah, das machen wir auch. Rüstung. Den und den. Dann mache ich den weg, dann kriege ich eine schicke Karte. Gut. Jetzt wird er nächste Runde ihn abtauschen. Wenn er clever ist, greift er mit dem Schleim an und macht dann seine Fähigkeit. Und ich kann nächste Runde 9 Schaden machen. Ich habe mir schon gedacht. Das Ei sollte nicht das Problem werden. Okay. Ich vernichte einen verletzten Diener. So, ich lege. Jetzt werde ich die Frage, ob ich die Waffe lege und eine Rüstung. Das machen wir auch. Und ich vernichte Wirk... Ne, die hebe ich mir auch. Okay, 17. Ich habe 13. Nächste Runde kann ich 9 Schaden machen. Oh, das ist halt... Ah, ein Spott, Heini. Auch gerade noch der. Ja, toll. Ich brauche... Ja, je, schade. Die 7 Schaden kann ich eigentlich nicht kassieren. Ich muss sie aber wahrscheinlich kassieren. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich muss mal gucken, wenn er jetzt einen Spott bringt... Okay, ich bin tot. Tja. Ich will das jetzt mit dem Deck schaffen. Wird eine lange Folge. Ich brauche erstmal für frühe, üble Gerüche. Kobolus, wir wissen es ja. Die Spacke. Also, kann ich alle drei wegtun. Gib mir mal was Gutes. Schlecht, 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 ganz schlecht. Grüße, Streidon. So, ja, dann halt jetzt wieder für die Rüstung. Er spielt wieder die 4-4er-Kling-Ding. Ja, ich kann es mit dem Schwert, da heißen sie. Ich könnte die Rüstung anlegen, angreifen. Bringt mir halt eigentlich nichts, gell? Ich spiele ihn. Er hofft, dass er mir entstehen lässt. Das ist jetzt noch ungünstiger. Okay, er lässt ihn mir stehen. Jetzt kann ich Rüstung anlegen. Und angreifen. Ah, looks okay. Für den Kriegsmittelangriff! So, ja. Gut, gut. Jetzt kann ich ihn aber vernichten. So, gut. Nochmal die Kriegshimmel-Anführerin. Aber nichtsdestotrotz, das machen wir als erstes. Okay, 4 Mana. Wenn ich sie halt spiele, kann ich nichts anderes spielen. Aber... Ich kann nichts rund die Murlocs spielen. Und mit denen direkt Schaden machen. Auch nicht schlecht. So, lasst uns überlegen. Also, wir haben 6 Mana. Wir könnten die 2 und Rüstung spielen. Den einen, wo er nichts töten kann. Ich könnte alles klein gefiecht gegen ihn rennen lassen. Dann baue ich Rüstung auf. Ja. Ja, so, das, das ist die Frage, die beiden will ich nicht opfern, den, wenn ich den opfern würde, wäre das sehr dumm. Okay, wir lassen's mal. Okay, er hat das aber nur gemacht, damit er genau das machen kann und ein 2-2 und den Thorn kriegt. Der Deck ist gut auch aufgebaut, weil er hat immer die... So, wir haben 7 Mana, ich kann 2... Oh. Ich beschwöre jetzt den hier. Dann kostet der Riese mich nur noch 2. Okay, ich beschwöre jetzt den hier. Dann kostet der Riese mich nur noch 2, ja. Das ist doch die bessere Variante. Und hier muss ich angreifen. Ich frage, ob ich... Ich werde das hier machen müssen, sonst hab ich nächste Runde ein Problem. Bei nächster Runde kann ich ja dick Schaden austeilen. Ich hab die Waffe auf der Hand. Ja, er kriegt wieder 2 Kreaturen und nächste Runde sogar noch mehr. So, hoffentlich hat er nicht so viel Mana wie letztes Mal. Okay, er hat nur einen, aber jetzt hat er somit wieder 2, 5, 6 Kreaturen. Ich hätte gern... Genau die Karte hätte ich gern gehabt. Schade, dass ich die Torntante nicht... Äh, die Angriff-Tante nicht mehr hab. So. Dass ich schlechtweilen stirbte. Hm, hm, hm. Ich spiele die Waffe. Dann greif ich den an. Dann vernichte ich ihn. Warte. Muss ich das machen? Das ist die Frage. Muss ich das machen? Oh, er hat nur 2. Ich hab irgendwie heute ein Rechenproblem. Gut, dann hauen wir hier die Rüstung drauf. Auch hier ist die Frage... Ne, das mach ich... hier mach ich Angriff, weil... Das war's. So. Ja. Nein! Nein! Ja, der geht irgendwie aufs Senkel, ey. Falls sind wieder alle meine guten Karten weg. Okay, das ist okay. Kann ich mit leben. Wobei er dafür jeweils eine 2, 2er-Kreatur kriegt. Das ist aber auch okay. Das heißt, wir spielen 3. Also er kriegt nächstes Mal 1, 2, 3, 4, 2, 2er-Kreatur. Er ist aber doof, ey. Oh, diesmal hat er es nicht auf ihn gemacht. Das ist natürlich... Naja, er hat natürlich die Karte 10 mal auf der Hand. Scheiße. Die Folge könnte länger werden. Ich komm' da wieder nicht mehr durch. Okay, der ist natürlich ganz cool. Legt euch nicht mit Zorn an! Der Frostwolf-Clan ist verreicht. Ich muss mal gucken, was da noch kommt, aber... Was wir machen... Ja, schon wieder. Das sieht wie der Mau aus. Ja, ich füge den Töten mal alles sein. Da ist nur noch das scheiß Narubische Eid. Der hat überlebt, okay. Ja, ich würd sagen, das war's wieder mal. Okay, wir nehmen mal das andere weg, weil... Das wird irgendwie nix. Ich hab irgendwie aber mit dem anderen auch keine Hoffnung. Aber... Wir gucken mal. Immer gucken. Die Folge wird 100 Jahre und ewig, aber... Es kann ja nicht immer so gut laufen. Dass wir beim ersten Mal durchkommen. Okay, super. Feuerball, Gyroschlag... So gewollt. Feuerball überlege ich grad noch, aber... Eigentlich hätte ich ihn aufheben können, weil er ja den komisch 4-4er-Typ spielt. Hallo. Verursacht 3 Schaden... Heben wir uns auf. Schau dir's an. Dann machen wir's... So... Ich würd grad sagen, nee jetzt... So, jetzt spielt er den 4-4er, den kann ich jetzt hier und da mit töten. So, irgendwie fühlt sich grad besser an. Jetzt kann ich ihn spielen. Ja, da komm ich. Und du hast nix, um deine Sachen zu machen. Du wirst nämlich nervös gerade. Okay, ein Zauberwerding nochmal. So, ich spiele... Ihn den Zauberwerding will ich nicht unbedingt verlieren. Okay. Ist aber sehr gut, was er da macht, weil einen kann ich... Entschuldigung, kann ich jetzt auch wegpingen. Und der Adventure... Ich könnte halt... Ich... Ich pinge den weg. Das ist erstmal das Erste, was ich mache. Jetzt spiele ich den Adventure... Und greife den an. Jetzt hilft ihm sein Gestank nämlich nix. Ach, schade. Was wir machen. Pff. Ist jetzt nicht einfach. Ich könnte ihn opfern. Ich könnte ihn opfern. Und ihn opfern. Sie sterben eh. Also, ihn kann ich halt aufpumpen, wenn ich Karten spiele. Ich könnte ihn wegfeuerballen, dann überlebt er. Danach könnte ich ihn und deinen spielen. Aber bevor ich ihn wegfeuerballe, könnte ich ihn hiermit auch angreifen. Ihn anpingen. Aber dann überlebt er nicht. Angreifen, das hier spielen, dann überlebt er. Dann habe ich noch... Dann habe ich noch 5 Mana. Dann kann ich einen Drachen spielen. Das machen wir auch. Genau, jetzt kommt sein Gift. Jetzt spiele ich aber trotzdem den... Ich könnte natürlich auch ihn und Feuerball spielen, aber den Feuerball hebe ich mir auf. Schade, ein Mana hätte ich schon übrig haben können. Wobei da die Frage jetzt echt, ob ich die spiele, weil mit zweimal seinem Gift hat er die weg. So, aber sehr gut. Wir spielen... Den hier. 5. Jetzt, wenn ich die spiele... Überlebt mein Sorcerer. Wenn ich einen Drache spiele... Das weiß ich hier nicht, ob das ein Fehler ist. So, das heißt, der... ...überlebt. Der hier... ...kriegt einen Schaden. Der Drache. Das heißt, er hat wieder mehr. Die Runde sieht so aus, als ob wir sie gewinnen. So einfach kann es gehen. Ah... Nicht... Nicht... Nein! Achso, das war die gezielte. Gut, aber okay. Er hat keinen Zauber mehr. Das ist okay. Das sind 1 Zweier-Kreaturen. Ich kann jetzt 8. 11. Viel zu viel Schaden für ihn machen. 8. Allein der nächste Feuerball tönt ihn schon. Uiagoago! Okay. So schnell kann es doch gehen. Ich wollte doch eh nur den Markfeld unbedingt spielen, weil ich wusste... Und nochmal von vorne. Ja, ja. Hat lange genug gedauert. Todesröcheln, lege ein Geheimnis aus eurem Deck auf das Schlachtfeld. Ich freue mich schon, wenn wir das Todesröcheln-Deck machen. Das könnten wir ja zusammen, gemeinsam, wie auch immer machen. Ui, das ist eine hässliche Fratze. Die machen wir nächstes Mal. Ich bin gespannt, wie lange die Folge hier und heute war. Aber das sehen wir dann. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Naxxramas Fluch! Ich nochmal. Und, hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir das gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo. Ihr geht dann.